So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von TripleX Medias. Ja, heute geht es um den Handy-Skin von device-outfit.com, der mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Ja, der Skin hat das Motiv abstrakt Fotomontage 2. Er kostet 9,95 Euro und wird gerade geliefert nach Deutschland, EU und Schweiz kosten 3 Euro. Also sind die Versandkosten, ja, ähm. Auf der Homepage könnt ihr euch irgendein Motiv aussuchen, ihr könnt auch euer eigenes Bild einschicken. Das könnt ihr einfach hier bei eigenes Bild machen, könnt ihr auch mit Handy-Taschen machen, habe ich auch noch nicht bemerkt, seit, habe ich heute erst bemerkt, so. Ja, ähm, dann könnt ihr hier einfach euer Hersteller auswählen und dann hier euer Gerät. Ja, ähm, ich habe jetzt hier mein Skid schon aufgetragen, hier seht ihr mich, wuhu. Und dann seht ihr hier den Skin. Ja, äh, der Skin, der passt eigentlich perfekt. Also hier, ihr seht, das ist hier nicht so perfekt, aber das liegt an mir, weil ich, äh, hab irgendwie nicht, kann meine Hände nicht ordentlich stillhalten, deswegen ist nicht exakt aufgeklebt, aber sonst ist das eigentlich super. Also der, ähm, Skin, der schützt eigentlich super vor, ja, Fingerabdrücken, also die sind dann unsichtbar und verkratzt und so weiter, ja. Ähm, hier sind ein paar Blasen, aber das lag daran, dass ich hier den Skin ein paar Mal, schon ein paar Mal aufgetragen habe, also, man kann den Skin noch ein paar Mal abnehmen und wir, ja, dann wurde es hier ein bisschen schwierig, äh, den Skin auch zu tragen, weil es hier total dünn ist, an den Rändern. Ja, und, äh, hier ist auch so eine kleine Kante, aber das liegt auch an mir und ein kleines Bläschen auch, das liegt alles an mir. Was ein bisschen komisch wird oder was ich nicht so toll finde, dass hier, das hier alles frei ist und, ähm, ja. Ja, bei anderen Skins, dann ist dann bloß immer so ein Stückchen frei, weil auch bloß auf das Ding nach reagiert wird, also. Aber auf jeden Fall, ähm, sind die eigentlich bloß dafür da, dass man direkt darauf geht. Ja. Ja, ansonsten, keine Ahnung, ne. Skin, also, man soll hier von, immer von außen nach innen drücken und dann drückt hier das Nokia-Logo so durch, falls ihr es seht, äh, da Nokia, ja. Ja, also, Skin ist auf allem drauf, was, wo es drauf sein soll. Passt perfekt und für den Preis nicht zu, ähm, also kann man sich schon mal kaufen. Ja, ansonsten, ich hab keine, ähm, sonst nicht weiter zu sagen zu dem Skin und, ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und, ja, ansonsten abonnieren, empfehlen, kommentieren und bewerten. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen und, ja, hau da rein.